Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Besonderheiten der organischen Chemie. An Vorkenntnissen solltest du die Schulchemie beherrschen. Ziel des Videos ist es, die besonderen Eigenschaften organischer Moleküle und organischer Verbindungen besser zu verstehen. Der Film besteht aus acht Abschnitten. 1. Der erste Eindruck 2. Die kovalente Bindung 3. Organische Moleküle 4. Physikalische Eigenschaften 5. Chemische Eigenschaften 6. Herstellung 7. Einsatzbreite 8. Zusammenfassung 1. Der erste Eindruck Im Volksmund hört man häufig den Kernsatz. Die Chemie, was ja hauptsächlich organische Chemie ist, stellt sich dann so dar. Es knallt Und stinkt. Als klar denkender Mensch muss man sich aber die Frage stellen, ist das alles? Organische Stoffe stinken nicht nur, sie riechen mitunter und häufig auch sehr angenehm. Den Geruch, das Aroma der Zitrone kennt jeder. Hauptverantwortlich dafür ist die Verbindung R-Limonen. Aus der Pflanze Baldrian wird der berühmte Auszug gewonnen. Für das bekannte Aroma sorgt S-Limonen. Viele organische Verbindungen Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.